Was wohl da unten ist? Es ist keine Höhle. Es ist eine Ruine. Ein holographisches Interface. In den Geräten sind keine Energiezellen. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. So, passt. Jetzt fehlt nur noch eine. Die zweite? Das ist eine Art Code. Vielleicht gibt's hier einen Hinweis. Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. Vielleicht finde ich hier irgendwo mehr Informationen darüber, wie das alles funktioniert. Sieht aus, als hätte jeder Schalter vier unterschiedliche Positionen. Vielleicht, wenn ich jeden Schalter in die richtige Position bringe, der schafft. Dann schau ich mal nach der Tür. Sieht aus, als ließen sich die Klammern irgendwie öffnen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Mechanismus einzuschalten und die Klammern zu lösen. Rüstung? Aus der Zeit der Alten? Aber wie komme ich da ran? Ich muss nur diese Energiezellen einsetzen. Dann müsste es hier... Nur noch zwei. Nur noch eine. Das war's. Die letzte. Es ist eingeschaltet. Jetzt müssen diese Zahlen... Die müssen mit den Abschnitten eines Kreises zusammenhängen. Das war's. Beschafft. Dann will ich mir mal die Rüstung darin ansehen. Na gut. Mal sehen, was sich mit diesem Material anfangen lässt. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen.